okay ich habe auch frage wo ist die nestmutter wird die anzeige die krieg ich doch niemals alleine platt menschen ja gut wir ganz versuchen mit sterben kann ich nicht all right hmm hmm Das überlebe. Ja. Ich wäre aber einsam mit der Leine in dieser Höhle. Eine gute Frage. Ich überlebe bisher länger als gedacht. Sagen wir es so. War das falsch oder was werde ich nicht benutzen? Ich würde ihn eigentlich auch nicht benutzen, aber hey! 300 Jahre später. Das war jetzt gerade ungeabsichtigt. Ich bin froh, dass ich mich heilen kann. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ja, ja, ja. Ich habe mir lebt! Wunderbar! Dann habe ich zum Beispiel mal zwei Anführer. Der andere lungert ja da unten rum. Beim Rest muss ich gucken. Ich muss eigentlich nach der hinten. Egal. Da geht das auch so etwas. Die Anführer kriege ich selten hin. Meistens halt wirklich nur mit Hilfe. Ich hätte nicht gedacht, dass die Schlange so einfach in Anführungszeichen geht. Okay, von hier komme ich da nicht hoch. Können wir machen. Können wir machen. Also insgesamt fehlen mir ja glaube ich noch vier. Wie gesagt, ich weiß ja, dass da einer ist. Bei den anderen weiß ich es nicht. Die Nahten war. Äh, die Seen, das Seenfeuerplateau, der Raptor, Beschwörung des Ketzers und Bewegungslager des Schleiererbes. Was? Die fehlen noch. Uh. Baum. Gibt es einen Weg hoch? Ja, gibt es. Was ist hier los? Äh, was ist hier los? Nun winden sich die Bußfertigen vor Verderbter Magie, während Skampen und Klammern auf den Feldern wüten. Äh, wie können wir die Dinger richten? Die Schreine selbst nähren dieses Übel. Ich spüre es. Läutert die Schreine. Dann solltet ihr in der Lage sein, die Quelle der Verderbnis angreifen zu können. Ich muss hier den Schutzzauber aufrechterhalten. Ich hasse es euch darum zu bitten, aber... Gern Sorge, ich werde die Schreine läutern. Ich kann Mara. Ja, du kannst Mara. Irgendwas. Nun. Gut, da ist noch ein... Wegschrein. Irgendwie. Irgendwo. ... ... ... .... Okay, da komme ich nicht lang. Wegschreien des Kollegs. Ja, das brauche ich noch. Oh, und... Oh. Yay, der 21. Sehr schön. Hi. Einen schönen Tages, mitten in der Nacht. Kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehen, sahen sie sich an. Äh, eh, 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 ja. Okay. Ich habe Fragen, aber okay. Fähigkeiten mache ich gleich. Servus. Hi. Ähm, warte, ich brauche noch. Das Seelenfeuerplateau, das Wrack der Raptor, die Beschwörungen des Ketzers und Bewegungslager des Schleiererbes. Wie ich da einfach mal hocke, ey. Ich frage mich halt allen Ernstes, wo ich dieses... Oh, ich will diesen Vollfarm. Das ist doch gemein, ich will ihn auch haben. Ich will ihn auch... Oh, ich will ihn auch... So viel brauche ich. Hey. Wie gesagt, ich weiß nur, dass hier das eine... Also, das Seelenfeuerplateaus auf jeden Fall da unten. Ich gehe mal davon aus, dass hier oben noch zwei sein werden. Äh, jo, nach Norden. Passt. Ich folge dir. Ich laufe dir hinterher. Ich bin halt mal auf meinem Reit hier genauso schnell wie er beim Laufen. Äh, Ryan, ich lebe. Reicht das als Antwort? Also, ja. Ne? Gut. Fächeln. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Uff. Frag nicht. Oh. 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 Naja. Lass klar, dass ich leier eher was. Okay. Bügelein! Wir müssen, glaube ich, 20 haben. Die Gefährten sieht aber hübsch aus. Müsste mir rein theoretisch auch endlich mal den Gefährten zulegen, aber ja. Ja. Oh. Ja. Amma Panda. Abba's Panda-Line. Wir machen jetzt gut. Alles wartet. Wir müssen Pommes und Pizza reingestellt kommen. Hallo, Iron. Wunderschönen Montagbier. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin irgendwie auch ungefähr so einer Wein. Da fehlen nur noch drei. Eins da unten. Okay, dann zwei. Keine Ahnung. Ja. Da fehlen nur noch drei. Ich, ich folge. Äh. Yo. Lass uns die Beschwörung des Kettlers machen. Auf, auf, wundervon. Montagbier ist alles okay. Ein halber Pommes in den Mund stopfen. Ja. Wobei, na gut, ich hatte auch Pommes. Wir können die Beschwörung des Kettlers ruhig machen. Um die Frage zu beantworten. Oh, wir werden gemästet. Eher wie Henry McChicken. Henry McChicken wird auch gemästet. Er kommt irgendwann Kopf ab. Und Luna muss sich nur einen Mann suchen. Ja. Danke. Nein. Ob ich mich verklickt habe? Maybe. Nein, lass Henry ein Leben. Mal gucken. Mal gucken, ob ich Henry ein Leben lasse. Hi. Gefährte gegen das einfach. Okay, sogar eine Pizza. Oh, geil. Was? Sagt uns was in diesem Sack ist. Fell Gesicht. Denn sonst nehme ich ihn euch ab. Mit Gewalt. Es ist nicht, was ihr meint. Ihr wollt das nicht. Ihr wollt das nicht. Ihr werdet mich nicht ablenken Teufel. Öffnet den Beutel, sonst fange ich mit eurem Schwanz an. Was? Was? Wie? 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 Die lustigen Rollstracker? Ja. Tschau. No, armer Meister Pads. Ja, tut du gerade jetzt. Jetzt so. Komm. Nein. Jetzt. Huch. Achso. Ei. Nicht gesehen. Ohohohoho. Das klingt doch ja schon. Lande wirklich am besten. Ich bin zu lahmarschig. Ich bin zu lahmarschig. Ähm. Was tun die da? Warum verschwende ich überhaupt meine Zeit mit euch? Erbärmlich. Den Centrum zu überstehen. Ich bin völlig fertig. Auwe. Ein Herr. investigación warHAN. Was ich soll身en? the best ich jetzt ja das behalten None gab. Ganz Pflö stuck! Nie reicht. 노력č Ja! Oh, mein Meisterpilz. Kein Buch und Sicht. Es klingt in diesem Stream alles falsch. Also, wen juckt's? Ja, gut. Das stimmt. Da hast du auch wieder recht. Alles gut, Daki. Alles gut. Kein Problem. Kommen wir hin. Bäh! Kamera. Kein Eisenerz. Ganz was Edles. Naja, geht. Oh, oh, oh. Wie viel brauche ich denn davon noch? Bäh, sechs. Okay, vergiss es. Fünf. Da waren es nur noch fünf. Da hinten. War ich gerade ein bisschen verpeilt. Nein? Okay. Okay. Oh, nein. Ähm. Okay. Doch da rein, oder? Ich bin nur die Tänke verwirrt. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich habe mich mit meinem Reitenherr beschäftigt. Ne. Okay. Bist du wie? Das ist verwirrend, das. Ja, ich... Ich habe dich verloren. So lezent. Ach, ich... Ach, das ist das Ding, wo ich vorhin drin war. Ah ja, das erklärt's. Das erklärt's aber. Wie ist jetzt denn los, dann? Bitte fragt einfach nicht. Ich habe heute einen komischen Tag. Ah ja, okay. So landet man auf dieser Seite. Wie kommt man... Wie bist du? Kommst du da hin? Bist du da rübergekommen? Wir haben Fragen. Wie bist du da rübergekommen? Wie? Wie ist denn? Wie ist denn? Vielen Dank. Vielen Dank. Die kriegst du dann wahrscheinlich irgendwann heute Nacht. Heute Nacht kriegst du dann auch mal eine. Ich bin hier auf der Squad. Wie? Seltsam. Wirklich seltsam. Wirklich seltsam. Alles gut. Wirklich seltsam. Ich dachte, ich wäre erledigt. Habtank. Das war knapp. Ich bin hier. 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 sehr wehgetan. Oh, der ist so heiß. Natürlich. Habe ich ja auch gerade angefasst, das Ding. Oh Gott, ich geh wieder. Tschüss. Schön, dass du gehst. Nein, den tue ich dir nicht. Was geht ab? Ich muss nicht draußen. Göttlich. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Mhm, kann man essen? Mhm. Mhm, weiß ich, was so abgeht. Meine Tattoos jedenfalls nicht. Nicht? Sind das keine Abwaschbahnen? Ach, da nimmt man einen richtig guten, ordentlichen Hobel, den geht auch das. Feder runter. Wenn du willst, mach ich das. Ich stelle mir das gerade bei Vorher auf so einem festen Tattoo dann die ganze Zeit drauf umrubeln. Richtig ordentlich Hobel gehst du einfach. Dann haben wir so zack. Haut ab. Jo, nicht nur die. Schmeckt das dir? Ja. Sophie. Hm. 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 Schwarz. Äh. Mach das. Dann mach ich eine ganz kurze Pippi-Pause. Pippi. Pippi-Pi. Pippi-Pause. Pippi-Pause. Die Pippi-Pause. Bis zum nächsten Mal.